Wir glauben, dass wir talentierte Künstler, elite Sportler und große Führungspersönlichkeiten bewundern, weil sie Gewinner sind. Aber das ist nicht wahr. Wir bewundern sie für ihren Mut. Mut ist die Fähigkeit, ihre Angst in schwierigen oder gefährlichen Situationen zu kontrollieren. Ohne sie ist kein Erfolg möglich. Man braucht Mut, um die Komfortzone zu verlassen, um die Wahrheit zu erkennen und sie auszusprechen, um etwas zu unternehmen und den Status quo infrage zu stellen. Man braucht Mut, um zu geben, dass man sich irrt, um Hilfe zu bieten, um frei zu sein und andere frei sein zu lassen und die Macht aufzugeben, um andere zu ermächtigen. Das ist meine Botschaft an Sie in dieser Woche. Wenn es schwer ist, aber Sie wissen, dass es richtig ist, tun Sie es. Seien Sie mutig. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!